Wenn du mal zu mir her schaust, das ist schon gut. Ja, das ist cool. Ja, dann komm ich ein bisschen mehr wieder. Ja? Ja, wir dürfen die Ecke. Ja. Warte, mach ich mir eine Ecke. Warte, vielleicht zeig ich das einmal. Weil sie gegen die... Mach ich nix, oder? Warte. Ja, so. Warte. 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 Warte, du bist von der anderen Seite. Da ist so ein bisschen dumm, sondern warte. Ja, das ist ja groß. Warte. Ein bisschen in die Gegend umschauen, gell? Mhm. Mhm. Ich finde, da ist jetzt viel mehr von dir drauf, das finde ich auch cool. Ja. Cool. Das ist lieb. Ah, cool. So, jetzt. Sekunde. Drei, zwei, eins. Jetzt. So, jetzt probier ich wieder. Wenn du nur mit den Tor greifst. Cool. Das ist schon... Ja, sehr cool. Das ist einfach ein schöner Hintergrund. Ja. Das ist... Ja. Das sticht voll aus, das ist einmal voll. Der Kontrast. Sehr cool. Ja, wie cool. Ah, die sind die, ja. Sehr cool. Ich glaube, ja. Passt, ja. So. Müt. Du kannst da hingreifen und dann vielleicht einmal da entgegenschauen oder so, ja. Passt. Drei, zwei, eins. Action. Super. Kannst du mir zurückschauen vielleicht? Während gehe ich so, ja. Das hat ein bisschen was von so Alice im Wunderland. Ja. Aber jetzt ist es warm. Voll. Da gefällt mir wieder, dass ich bearbeitet habe. Nein. Alice im Wunderland. Ja, voll cool.